da da die die er der 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 KETCHUP KICKS! KETCHUP KICKS! Alles Willkommen zu Real Green Turbo Games. Und ich gewinne! So green wie das Auto von Luigi. Erneut! Ja, es steht 196 für Johannesbrot zu 174. Oh, das Johannesbrot ist ganz schön gut. Wann kommt der endlich mal vor? Ja, ich bin nämlich Donis und ich bin zum ersten Mal mit diesem scheiß Mario Kart Rieschlifter. Und das muss ich natürlich, äh... Schnell wieder auf? Oh ne, wir sind nämlich drei. Ja, es gibt da so eine... Es gibt da so eine Person, äh, bei der hab ich immer während den Pausen geübt. Und deswegen bin ich jetzt ganz supi gut. Die Pausen von einem Puff oder was? Ne, es gibt nämlich Leute, die gehen noch zur Schule, anstatt hier immer zu Hause rumzusitzen. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Denn ich bin vier. So, aber äh... Ey! Da ich aufrollen muss, nehme ich jetzt mein Superteam. Was wirds hier rum? Ich bin immer knochentrocken. Ich hab immer knochentrocken. Seitdem ich das erste Mal hier gewonnen habe, habe ich immer knochentrocken. Und du hast nicht mal einen Mini-Peach! Hä? Da oben... Die macht immer so süßes Ha... äh... Die andere da! Ups! Das will ich nicht! Kann ich nicht. Äh... Knochentrocken! Zusammen mit dem Willi-Bike ist nämlich mein ultimatives Ich-Gewinn-Immer-Team. Ne, da muss man den Flitzer brauchen. Weil ich hatte ja letztes Mal, hatte ich hier... Da, den Blitzer meine ich! Letztes Mal hatte ich den Monstruck und der war mega scheiße, weil ich einfach eine Kartstück gegangen bin. Und das geht so nicht weiter. Ich muss auf meine... mich auf meine Stärken verlassen. Sind sehr wenig, aber... Daraus muss man sich nun mal verlassen! So, die Frage ist, wo wir waren, ne? Ich gewinne! Erneut! Achso, diese 4 hier haben wir. Jetzt kommen wir zu diesen 4! Und da kommt mein Lieblings-Level vor. Blätterwald? Ja, auch. Das ist mein Zweitlieblings. Wow, dein Lieblings und dein Zweitlieblings ist in einem Cup. Das ist so geil! Can't be! Und dann werde ich natürlich verlieren. Ich bin übrigens immer noch schnupfig. Das liegt am Kuxen. Das liegt am Kuxen. Ja. Hoffentlich hau ich mir nicht wieder die V-Fair-Bedingung gegen den Kopf. Das ist mir schon insgesamt 2 Mal passiert. Warum gebe ich das eigentlich zu? Nur damit eine Person, die das hier guckt, lacht. Was soll die Scheiße? Ja, witzig. Ha, ha, ha. Das hat gerade geruckelt, du. Das hat gerade geruckelt, doch. Ich habe, glaube ich, geblinzelt. Wollen wir nicht das Fenster runter machen? Machen wir das Fenster runter. Äh, das Rollo. Oh, der war jetzt richtig unwitzig. Nach meinem perfekten Witz kann das echt alles zerstören. Du hast einen perfekten Witz gemacht? Ja, ich habe gesagt, ich habe geblinzelt. Das war ein perfekter Witz. Deine Fresse. So. Ich habe nur deine Fresse gesagt. Und halt vergessen. Und ich habe halt halt vergessen. Können wir bitte mal das Rollo, den Rollo, die Jalousie? So. Johannesburg, das Spiel ist kaputt. Johannesburg! Blinzig, aber komische Sachen. Blinzig, aber komische Sachen. Blinzig, komische Sachen. Entschuldigen Sie diese Verzögerung. Aua. Ich muss mich eben richtig drehen. Und... Warten Sie! Ja, genau. Wolltest du jetzt nur machen, dann bitte nicht. Oh, jetzt habe ich nur verloren, weil du einfach weitergemacht hast. Wo bin ich? Ach, scheiße. Ich habe umgeguckt. Um. Oh, mein zweites Item! Oder erstes? Ich höre nur, dass ich Erster bin. Und zwar nur dank meinem Superteam. Ja, ich habe zu lange geblinzelt. Deswegen... Ja. Ah! Superteam! Du hast Probleme, Gonis. Ich nenne dich, glaube ich, nie Gonis. Kann das sein? Entweder Nico oder irgendwas anderes. Ja, oder einfach gar nichts. Mixer oder so. Ja. Das kommt meistens. Schön, dass wir das erkannt haben. Ey, ich sehe nichts. Hier ist so ein Klecks auf meinem Bild. So. Ach, fuck you! So. Ich war Vierter und dann werde ich von einem roten Panzer getroffen. Das finde ich sehr amüsant. Hier. Leg. Ach, hier geht's nach rechts. Okay. Okay. Gleich habe ich's. Alter, ich gewinne. Ich hole jetzt mal auf. Ich hole mir so viele Punkte. Alter. Punkte kannst du gar nicht mehr zählen. Hilfe! Das sind mehr Punkte als der ganze Inhalt vom neuen Casper-Album. Und das kann ich behaupten, weil ich habe es gehört. Glaubst du alles für eine Scheiße? Gibt es ein neues Casper-Album? Nee, ich meine das Casper-Album. Alter, du scheiße Panzi! Glaubst du alles für eine Scheiße? Was bleidigst du Casper so? Mach ich gar nicht. Doch. Für mich klingt das auch noch beleidiger. Ja, das sagt Casper selber immer. Echt? oh man, ich kann mir nie spielen! Ich glaube Casper ist twittersüchtig. Aua. Das muss dir nicht wehtun. Ich bin so fett ey. Sie sollen endlich mal wieder mit ihrem Psychoanalytiker sprechen. Ach scheiße ja. Woher hast du das Wort jetzt? Von Malcolm N drin? Von unserem Let's Play von Rift. Ah. Ich bin gewonnen. Ich bin gewonnen. Mano! Blut! 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 Das tut ja weh. Ich war megaschlecht. Ich bin der Beste auf der ganzen Welt. Du bist fett und hässlich und pink. Pink. Ich bin der Beste auf der ganzen Welt. Ich bin der Beste auf der ganzen Welt. Können Sie bitte die Fresse halten? Und was haben wir da? Jetzt? Mein Lieblingslevel. Cooper Cup. Das ist dein Lieblingslevel? Ja natürlich. Are you kidding me? Man geht unter Wasser. Unter Wasser. Klasse. Alter stell dir jetzt mal vor. Ich hüpfe mal bei den Pilzen vorbei. Geil. Das ist so geil. Das ist doch egal. Ich kann das auch nicht. Aber man ist unter Wasser. In der Röhre drin. Und da schwimmen alle vorbei. Oh mein Gott. Sie sollte mal mit ihrem Psychoanalytik sprechen. Ich hab kein Item gekriegt. Ich höre. Oh eine Bombe. Es geht nicht. Mein Psychiater hat sich aufgehängt. Jetzt brauche ich einen neuen. Ich brauche einen neuen Psychiater. Tut mir leid ich kenne keine Kraftklub Texte. Kraftklub? Nein was war das? Das fand ich von dann. Echt? Es war davon viel zu langsam wie Kraftklub. Du siehst doch nicht. Ich hör die doch nicht. Du hörst so einen Scheiß schon. Aus the way. Aus the way. Nein Bödo. Lalalalala. Ach come on. Ey wenn man im Wasser ist und einen Blitz trifft. Müsste das doch eigentlich viel heftiger sein. Wenn man mit dem Auto einen Wasserfall runterfährt, dann müsste das Auto eigentlich kaputt sein. Naja, aber ich habe hier ein Motorrad, darum geht das. Ja, da unten ist der Al-Kanu. Ja, ich weiß, dass der Kran weiß. Halt deine Fresse, Johannesburg! Al-Kanu, ist das irgendwie ein Land in der Nähe von Afghanistan? Al-Kanu. Schlecht. Nee, das war jetzt der erste Frage, was Al-Kanu sein soll. So heißt der Al-Kanu. Warum heißt der denn Kanu? Kann man Paddle in den reinstecken und durch die Kran? Mann, bei M1060 in dem Level steht doch, locke den Al-Kanu heraus. Oh mein Gott. Das ist ja keine Ahnung vom Leben, ey, wenn man sowas nicht weiß. Ich bin in eine Banane gefahren. Ich möchte kurz sagen, ich habe die Star Wars komplett blühe. Ja, aber er war so dumm, er hat den Geld überwiesen und gleichzeitig hat er auch noch per Nachname bezahlt. Also haben die jetzt doppelt Geld gekriegt und freuen sich, dass er so dumm ist. Das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Mann, ich habe nur die Box per Nachname bezahlt und das Abo per Bank. Are you sure? Da 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 da. Alter, ich hasse diese Kacke, ich bin zuhörter! Meine Fresse! Richtig so. Ich freue mich gerade so richtig. Oh Mann, können wir doch mal neu anfangen. Ich hasse diese Strecke. Als nächstes kommt noch diese Kaposer-Scheiß-und-Stern-Strecke, ey. Wenn wir neu anfangen, ist sie trotzdem da. Ja, und aber da kenne ich sie wenigstens noch. Haha. Oh, ich habe immer Angst, in diesen Strom zu fahren. Oh Mann! So. Aber wenn ich gleich wieder so aufgeholt habe, dann nehme ich wieder meine einfach andere Farbe. Das ist langweilig, wenn ich sie mal befinde. Alter, ich hatte Bananen hinten dran. Lass deine Banane hinten. Fick deine Mutter! Fick deine Mutter! Fick, 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 fick deine Mutter! Was soll das, Mann? Was ist denn? Das ist so fett, ey. Behaut mich über die ganze Map. Hallo, habe ich dich danach gefragt, oder was? Meine Fresse, labert er hier einen vom Pferd, ey. Politik ist meine Sache nicht. Und ich düse durch den Wasserschrahl, ich freue mich wie ein Aal, der Kahn reißt. Oh mein Gott. Alter, ich dachte, das war unter dem. Alter, ich dachte, das war unter dem. Roa. Irgendwie erinnere ich das hier ein bisschen an Puppen und Snape. Ich auch. Irgendwann hat mich das dann mal dran erinnert, ja. Echt jetzt? Ja. Warum? Warum nicht auch? Ich weiß gar nicht warum. I don't know. Fuuu! I don't know. Alter, halt doch mal die Fresse. Musst du grad sagen, wie wir grad scheiße rumgeschlagen haben? Ja, und du bist erster, du Ficker. Ja, aber war's ja fast nicht. Ich bin so mega schlecht. Ja, aber dafür legt das Lila nach alles auf. Bin so mega. Was war das denn? Bin so mega. Das war so scheiße, da kann ich nicht weiterreden. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh, 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 oh. Mein zweites Lieblings-Level. Geil, mein zweites Lieblings-Level. Oh, ich hasse diesen ganzen Kapp, hasse ich. Ich hasse diesen ganzen Kack. Ja, den auch. Und eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Merkt nochmal, wer will noch nicht. Halt die Fris. Hier gibt's immer was dabei. Die Musik ist doch eine Entscheche. Oh Gott, ist das schnell. Ja, ihr seid alle in meine Form gefahren. Der war so wettig. Oh, hier fall ich immer runter. Ich nur beinahe. Ich auch nicht. Ist der fett? Ich dachte, man kann nur den Beinen durchfahren. Oh, kein Boost gekriegt. Ich auch nicht, aber ich hab einen Pilsch. Pilsche immer gut. Pilsche lecker, Pilsche nahhaft. Pilsche gut für geschickt, für Haut und alles. Ich weiß nicht. Ah, ich fahr ganz komisch immer hin und her. Was mach ich hier? Hilfe nicht schneller sein! Ui, ja, ja. Weißt du, was für ein hässliches Teil da vor mir fährt? Nee. Ich auch nicht. Du! Warum bist du so viel schneller? Weil ich der Beste bin. Gutes Auto, gute Fahrer, gute Booster, gute... Scheiße, kein Item gekriegt hast du. Dafür kriegst du nicht das! So! Ich glaub, da hättest du sozusagen ein bisschen leek. Nee. Ich hab's ja nicht gelegt. Kartoffel, Faye! Welch unglaublich ist Schlamassel! Kartoffel, Faye! Das ist so ein Tanz, ne? Ey, der ist voll berühmt. Nein, bitte ne! Ah, ahaha! Ach, bleib ich halt zu weiter. Ich freu mich so richtig. Ich freu mich so richtig. Alter, Driften ist so nicht gut für die Gesundheit, ne? Ja. Bin noch nicht einmal da runtergefallen, weil ich nicht gedriftet hab. Bye, bye! Wie, jetzt drifft mich trotzdem. Danke! Du Schlampe! Japei! Japei! Ich werde deine Wunder verführen und dich in diesem Eisblock! Alter, hast du ne dumme... Alter, du Kank! Scheißkack! Ich komm zu dir nach Hause und... Mann, jetzt schimm ich raus wegen dir! Scheißkopf ab! Boah, ey. Und Atto hat mich überholt. Atto? Ja, wegen Rosalina. Alter, ich bin 12. Oh, Gott sei Dank, das ist die letzte Runde, ey. Ich würde so durchdrehen. Mein Mikro, hast du jetzt Wetten ausgemacht? Alter, wenn ich jetzt hier... Bitte die Scheißkache... Voll gegengefickt. Sechs. Voll gegengekickt. Ja, gleich nach der Runde gucken wir, ob das noch an ist. Also heule dich rum, du Scheiß... Vollfick, Wichser. Vollfick! Das ist sowas wie ein Kartoffelfick! Wir fallen mir ja keine geigen Beleidigungen mehr ein, so Wichser und so, das ist voll anweilig. Ja, und Vollfick ist auch nicht... Ja, siehst du eigentlich ja! Mir fällt einfach nichts mehr ein. Ganz schön schlecht. Darum werde ich jetzt Kugel bitten. Vor Wut. Ja. Und vor Wut? Wir warten übrigens extra, bis ich nicht mehr so verschnupft bin, bis wir bis Another Code weitermachen. Ah! Das ist die Begründung. Ah! Ich hab die Begründung nochmal gesagt. Das hat sich irgendwie komplett gleich angehört. Weil hab ich auch nur einfach nochmal abgesprüht. Hinterher. Ah, ist hingeschnitten? Ja. Halt die Fressen. So! Ich hab geschnitten Brot. Das ist die beste Erfindung. Hä? Oh Mann! Ach so, da hat einer geworfen. Na dann! Alter, Johannesbrot, du bist so ein blöder Wichser! Das war alles Taktik, ey. Ich geb dem Spiel immer 5 Euro, bevor wir anfangen. Und dann tun wir so, als wäre ich ganz schlecht und dann irgendwann machen die ganz viele unfaire Sachen, damit ich doch noch gewinne. Ich muss jetzt im nächsten Ding es einfach wieder erster werden. So einfach ist das. Ich bin schon fast klein, der wegen dem Scheiß. Alter, Alter. Die haben mich zwei Minuten lang in diese Scheißschlucht reingepächt, verstehst du? Jetzt hab ich kein Bein mehr. Ich bin nämlich einfach angeschnitten. Ich kann mal auf deinem Motto noch gehen. So, weiter geht's hier mit dem letzten Rennen. Siehst du dieses Viech? Mit den Haaren über das Gesicht? Siehst du diesen Rülps? Oh nein, das ist das... Mit der Wolke in der Luft? Dafür, dass meine Top 2 in einem Cup sind, ist das auch das Schlimmste von allen. Was ist das denn? Das kann ich überhaupt nicht. Ist das das, wo alles wegbricht? Ja. Oh nein. Da weiß ich immer nicht, in welche Richtung du gefahren bist. Das gibt kein Schlimmeres. Nicht die letzten Bowser-Level oder so. Das hier ist viel schlimmer. Alter, du Schlanke. Pam. Alter. Alter. Ich weiß Serrano-Schinken und zwar deftig. Oh, jetzt bin ich hier recht lang gefahren. Ist das gut? Wünsche nicht. Du fährst da nicht mehr. Ja, aber ich komm so zu sehen. Ich hab schon gesagt, dass du hier so gefahren bist. Nein, es ist egal, wenn man lang fährt. Hilfe, ich seh nichts. Ich seh doch nichts. Hallo. Ich seh auch nichts. Meine Augen sind voll Lava. Wollen wir oben oder unten lang? Das ist egal. Das ist einfach unterschiedlich. Das stimmt nicht. Doch. Er lenkt nicht mehr. Er lenkt nicht mehr. Er hat nicht gelenkt. Ey, das find ich jetzt unfair. Was ist hier gerade alles passiert? Er ist einfach geradeaus lang gefahren. Rechts oder links. Mann, das ist egal. Das glaub ich dir nicht. Das sagst du nur, damit ich verliere. Mann, der eine ist oben und der andere ist unten. Das ist der einzige Unterschied. Alter. Jetzt hab ich mein Item verloren. Ich weiß nicht mal, was das war. No. Ich bin erster. Mit dir ne Fresse, du bist erster. Wenn du noch einmal rumhäust und schleichst du die scheiß Bliefermding, was wir haben. Ja, aber ich dachte, den Gamecube-Controller gegen den Kopf. Aber das wäre hier falsch, ganz schön. Das ist hier eine ganz andere Liga. Das ist hier die ganz falsche Liga. Das ist hier die ganz falsche Liga. Von wegen der Fass und so. Ja. Hier ist ein Kleinkind. AAAAAAAA! Ja, siehst du, da brüllt das Kleinkind. Ich gewinne diesen Cup auch noch. Und dann bin ich der Sieger. Ich gewinne erneut. Oh Mann, das ist alles scheiße. Warum kann ich denn die Bubbeln hier? So. Oh nein, ich sehe nichts von einem. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Feuer, links, rechts, geradeaus. Hut, so. 1, 2, 3. Ene, mene, sing, song, song. Ene, mene, sing, sang, sing, sang, sing, sang, sing, sang, sing, sang, sing, sang, song. Homm, homm. Stigidigidong. Stigidigidigidigidigidong. Oh Mann, komm mal! Oh Mann, Alter. Oh Mann, wie der Boden mitgebrochen ist, ey. Das war voll Inception. Ne, wie heißt der andere Film da? Alter, war ich geil. Äh, 2012. 2012, ey, oh ey, kann das da? Ah, du kann nicht. Ich wollte Inception 2012 verwechseln. Weiß nicht. Inception ist bei mir auch, da geht alles kaputt so im Kopf. So. Ja, aber du kommst. Wie perfekt ich gerade das Item gewechselt habe. Oh, ganz viele Banner. Alter, hast du gerade in den letzten 5 Minuten mal Luft geholt? Ich weiß nicht, ich habe da 5 Jahren keine Luft mehr geholt. Oh. Ach so. So. Ah! Was ist denn hier los? Weißt du, was ist denn das jetzt für eine Verknüpfung in meinem Gehirn? Irgendwann ganz früher, als wir noch ganz klein waren, haben wir mal Verstecken gespielt im Dunkeln, ne? Und da habe ich mich dann versteckt und unter das Bett gelegt und du hast mich gesucht, ne? Ich glaube, Fabi war auch da. Ja, das war immer der Zauberer. Und dann, und dann habe ich immer, hast du immer gehört, aber ich habe mich ganz leise geatmet, habe ich ganz leise geatmet und dann hast du gesagt, ja, aber irgendwann muss ich auch mal Luft holen. So, das war jetzt die Verknüpfung. Warum meinst du das noch? Weißt du nicht, das war irgendwie so eine Verknüpfung in meinem Gehirn. Weißt du nicht, das war irgendwie so eine Verknüpfung in meinem Gehirn. Alter, ich sterbe hier die ganze Zeit. Du bist doch der, der immer überall runterfällt. Also ich bin bis jetzt noch nirgendwo runtergefallen in diesem ganzen Cup, weil ich heiße... Ach nee, Donkey kommt mit mich runtergehauen, stimmt mir gar nicht. Ich klappe mich voll die Kacke. Ist das denn das Ziel? Ja, gut, ich habe gewonnen. Ich wurde nicht einmal Zweiter. Fall deine Scheißfresse. Knecht Ruprecht, Knecht Ruprecht. Du hast meinen Stock geklaut. So. Ich will nicht mehr spielen. Ich gewonnen! Nee. Erneut. Weil dadurch, dass... Du warst fast du eben, als ich Erster war. Schon Zwölfte oder so. Ha, 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 ha. Johannes Paul. Haben wir nicht gleich vier Punkte? Wir haben gleich vier Punkte. Echt? Aber du bist erst da. Wir haben noch nicht gleich vier Punkte. Es war 48, 48, oder? Ich bin blind. Es geht ja auch nur um die Punkte, nicht im League-Zahl. Ja, mach hin, ey! Wow, ach nee. Du kannst nicht rechnen. Nein, ich kann nicht rechnen, ich kann nicht gucken. Ja, aber ich bin ja trotzdem noch schlechter, ne? Ja, da bist du ja eh. Auch wenn du gewinnst hier, bist du schlechter. Das sind ja nur drei Punkte Unterschied. Voll spannend, oder? Das sind vier Punkte, ne?